Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch sagen, was man mit dem Mandelmehl machen kann, das übrig bleibt, wenn man Mandelmilch gemacht hat. Also ich hatte ja ungefähr 200 Gramm Mandeln genommen und das Mandelmehl ist natürlich sehr feucht. Und dann habe ich es mit 4 Esslöffel Kakaopulver gemischt, mit 2 Esslöffel Honig, mit 2 Esslöffel Chiasamen, dann 2 Teelöffel Zimt, 2 Esslöffel Kokosnussmehl und ich hatte ja schon in der Milch 4 Datteln, 6 Pfeilen Safran oder so eine Prise Safran, ungefähr einen halben Teelöffel voll Ingwer und 2 Teelöffel Kurkuma und ich habe auch noch 2 Teelöffel Johannesbrotkernmehl hin, einfach um das zusammenzuhalten und dann war es ungefähr eine halbe Stunde oder so im Ofen bei 170 Grad. Das müsst ihr selber schauen, wie ihr sie haben wollt, ob ihr sie mehr knusprig haben wollt oder ein bisschen weicher. Super lecker, vegan und glutenfrei. Probiert es aus. Ciao!